Du sollst eine Punktspiegelung konstruieren und darfst nur Zirkel und Lineal benutzen? Kein Problem. Hier ist also der Punkt A, der am Spiegelzentrum Z gespiegelt werden soll. Zeichne zunächst eine Hilfsgerade durch A und Z. Nimm dann den Zirkel und zeichne einen Kreis mit dem Radius ZA um Z. Der Schnittpunkt von dem Kreis mit der Geraden ist der gespiegelte Punkt A'.